Kann man seine Zähne eigentlich auch mit dem Finger putzen? Das sieht man ja häufig in Filmen, wenn keine Zahnbürste zur Hand ist, dass die Leute die Zahnpasta einfach auf den Finger geben und damit ihre Zähne putzen. Funktioniert das? Nein, eigentlich bringt das nur einen frischen Atem. Mit dem Finger könnt ihr keine Plagg entfernen. Vielleicht minimal, aber das ist nicht der Rede wert. Und die Zahnpasta kann durch die Belege, die ja immer noch auf euren Zähnen sind, auch gar nicht wirken. Das heißt, das Ganze bringt eigentlich nichts außer einen frischen Atem. Und dafür könnt ihr auch einen Kaugum nehmen. Ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und für mehr Zahnpflegetipps macht das bloß weg.